Selbst oder nicht selbst, wer sind wir wirklich? Von Fred von Almen Zu Beginn eine Geschichte. Der fünfte Dalai Lama war ein großer Herrscher über Tibet. Er erweiterte das damalige Reich, festigte es politisch und ließ damals auch den berühmten Potala-Palast in Lhasa erbauen. Leider verstarb er viel zu früh. Der Bau und viele politische Geschäfte waren noch unvollendet. Seine Stellvertreter beschlossen kurzerhand, seinen Tod geheim zu halten. Es wurden also weiterhin Botschaften von ihm an das Volk übermittelt und seine Befehle wurden ausgegeben. Zu Zeiten, in denen er üblicherweise öffentlich aufgetreten wäre, hieß es, er sei im Retreat. So wusste jeder im Volk, dass der Dalai Lama wie üblich in seiner Residenz war oder im Retreat. Das dauerte 13 Jahre. Schließlich kam der günstige Moment, seine Stellvertreter verkündeten, dass der fünfte Dalai Lama jetzt gestorben sei und man einen Nachfolger, den sechsten Dalai Lama, gefunden habe. Genauso wie alle Tibeter während 13 Jahren glaubten, ja wussten, dass der Dalai Lama in seinem Palast zu finden sei, dass er dort lebe, genauso glauben wir, dass in unserem Körper oder Geist ein unabhängig existierendes Selbst, ein reales Ich zu finden sei. Dieser Frage nach dem vermeintlich existierenden Selbst möchte ich diesen Vortrag widmen und dabei ergründen, wer wir wirklich sind. Dabei werde ich über Anata sprechen, meist übersetzt als Nicht-Selbst. In der buddhistischen Praxis geht es darum, befreiende Weisheit und tiefes Mitgefühl zu verwirklichen. Letztlich geht es um Befreiung von allen leidschaffenden, täuschenden und quälenden Zuständen von Herz und Geist, den Kleschas, und um die Entfaltung aller wunderbaren Qualitäten. Um dies zu ermöglichen, müssen wir verstehen, wie diese täuschenden und quälenden Gefühle, Emotionen und Funktionen entstehen und wie sie die innewohnende Freiheit behindern und blockieren. Um es kurz zu fassen, sie werden verursacht durch Unwissenheit beziehungsweise Verblendung, weil wir uns dadurch in Bezug auf die Natur der Dinge täuschen, innen und außen, körperlich, sinnlich, emotional und geistig. Verkehrte Wahrnehmungen Was unbeständig ist, nehmen wir gefühlsmäßig so wahr, als sei es beständig. Von Erfahrungen, die an sich immer unzulänglich sind, erhoffen wir Erfüllung, bleibende Befriedigung. In Erfahrungen und Dingen, die an sich nicht ich, nicht mir, nicht mein sind und die nicht in unserer Kontrolle sind, sondern ihren eigenen Naturgesetzen folgen, erfahren wir ein Ich, ein Selbst, ein Subjekt, ein Zentrum, das die Erfahrung scheinbar hat oder macht. Wir sehen also Unbeständiges als beständig, Unzulängliches als erfüllend und Unpersönliches als Ich, mich, mein oder mir. Das sind die problematischen Täuschungen, denen wir praktisch von Moment zum Moment, meist unbewusst, zum Opfer fallen und die endlose Universen des Leidens in uns erschaffen. Unbeständig statt dauerhaft. Angenommen, ein wertvoller Besitz oder ein geliebter Mensch, kurz, etwas Angenehmes, an dem wir hängen, vergeht, verschwindet, läuft ab, haut ab, verlässt uns, geht kaputt oder stirbt. Dann sind Gefühle von Verlust, Enttäuschung, Trauer, Schmerz, Niedergeschlagenheit, Empörung, Ärger oder Eifersucht einige der leidvollen Folgen, falls wir tief innen damit gerechnet haben, dass es bleiben würde. Hierdurch wird offensichtlich, warum wir uns mit der Unbeständigkeit auseinandersetzen müssen, wenn wir in echtem Frieden in Körper und Geist in dieser Welt verweilen möchten. Genau das üben wir in der Erkenntnismeditation. Vipassana bedeutet, die Dinge erkennen, wie sie wirklich sind, zum Beispiel als unbeständig, vergänglich. Dieses Erkennen muss zur unmittelbaren Moment-zu-Moment-Erfahrung werden. Über die Unbeständigkeit zu kontemplieren, macht für die meisten von uns Sinn. Es ist nachvollziehbar, warum das eine wesentliche Praxis ist. Nicht dasitzen und auf eine schöne Meditationserfahrung hoffen, sondern sich zutiefst mit der Vergänglichkeit auseinandersetzen. Tag und Nacht, in direkter Meditation und auch im alltäglichen Denken. Damit sich unser Griff auf die Dinge zu lösen beginnt. Bis der Leim nicht mehr klebt und wir tief Luft holen und durchatmen können. Darum geht es. An einem Haus, an der Kollerstraße in Bern, heißt es, Glück und Unglück, beides trag in Ruhe. Alles geht vorüber und auch du. Das ist uns längst klar. Aber diese Erkenntnis, konsequent in unser Leben umzusetzen, das ist die Praxis. Unzulänglich statt erfüllend Etwas schwieriger ist mit der zweiten Täuschung, die bewirkt, dass wir Unzulängliches als erfüllend sehen oder erhoffen. Ich vermute, dass hier das Problem zu einem guten Teil darin besteht, dass wir diese unverrückbare Tatsache des Daseins nicht sehen möchten, nicht akzeptieren wollen, ja sogar glauben, es sei schlecht, sie anzunehmen. Aber wenn alles, was entstanden ist, wieder vergeht, alles, was geboren ist, wieder stirbt, dann kann uns auch nichts bleibende Befriedigung oder Erfüllung bieten. Genau das erhoffen wir uns aber immer wieder, meist unbewusst. Mit dem Verstand ist uns das klar. Emotional und intuitiv aber versteckt sich tief in uns die Hoffnung, ja sogar der Anspruch auf Erfüllung. Sei es durch die nächste Zigarette, die geplante Reise, durch die richtige Partnerin, durch die lieben Kinder, den neuen Job oder die nächste Meditation. Dukka bedeutet unzulänglich, aber auch leidvoll. Dieses Dasein ist tatsächlich oft leidvoll. Wichtige Unternehmungen misslingen, wir werden krank, ein geliebter Mensch stirbt, das Flugzeug stützt ab, die Erde bebt, das Meer oder der Fluss tritt über die Ufer, ein Vulkan bricht aus, das Atomkraftwerk explodiert. Dukka ist eine unumstößliche Tatsache unseres Daseins. Manchmal könnte man glauben, das Gesetz, bekannt als Murphy's Law, würde tatsächlich in jedem Moment wirken. Es lautet, wenn etwas schiefgehen kann, dann wird es schiefgehen. Zum Glück ist es meist nicht ganz so schlimm. Dennoch möchten wir die Tatsache von Dukka lieber verdrängen. Dabei wäre es außerordentlich befreiend, wenn wir sie voll und ganz sehen und akzeptieren könnten. Und zwar nicht sehen und dann verdrängen, sondern sehen und vollständig annehmen. Das heißt nicht, dass wir fatalistisch werden sollten, aber realistisch. Oft sind wir überzeugt, dass es ein Fehler ist, wenn jemand krank wird. Dass etwas falsch gelaufen ist, wenn ein Unglück oder eine Katastrophe geschieht. Dass es die Schuld von jemandem sein muss, wenn etwas schief geht. Natürlich gibt es Unfälle, an denen jemand die Schuld trägt. Aber das trifft sicher nicht für alles Leid zu, das uns widerfährt. Oft geben wir uns selbst die Schuld oder sind überzeugt, dass es unser Fehler ist, wenn Dinge schwierig sind, wenn etwas schief geht. Es gibt ja sogar diese schreckliche New-Age-Vorstellung, dass jeder, der eine schwere Krankheit hat, selber schuld ist. Dukka ist ein Naturgesetz, eine Eigenschaft des Daseins. Schwieriges geschieht nicht, weil mit dem Leben etwas noch nicht okay ist, weil Gott mich straft oder weil ich nicht gut genug bin. Die Dinge sind deswegen unzulänglich und manchmal schmerzhaft oder gar schrecklich, weil es ein Gesetz des Daseins ist. Dukka klar zu sehen und zu akzeptieren ist sehr befreiend. Unmittelbare Erkennen dieses Sachverhalts in der Meditation gehört zu unserer Praxis. Wenn wir versuchen, über den Dingen zu schweben, sind Bruchlandungen vorprogrammiert. In Meditationskreisen ist es nicht unüblich zu versuchen, angenehme Zustände zu erschaffen in der Annahme, das Genüge, um letztlich die Beschwerlichkeiten des Lebens umschiffen zu können. Schwieriger ist das Durchschauen der dritten Täuschung, sich als ein konkretes, abgetrenntes Ich zu erfahren, das in Wahrheit so nicht existiert. Dies bedeutet auch, eine dualistische Welt mit Subjekt und Objekt zu erleben, was nicht der Wirklichkeit entspricht. Unsere Hauptaufgabe ist als Anatha, nicht selbst, zu erkennen, was für Atta, selbst, gehalten wird. Warum es ein Problem ist, ein Selbst zu ergreifen. Anatha ist schwerer zu verstehen als die anderen beiden Punkte, weil es um etwas geht, das es nicht wirklich gibt, von dessen Existenz wir aber zutiefst überzeugt sind. Ähnlich wie die Tibeter, als sie von der Existenz des Dalai Lama im Palast überzeugt waren, obwohl es ihn in diesen 13 Jahren gar nicht mehr gab. Am treffendsten wird für mich die Problematik mit dem folgenden chinesischen Ausbruch beschrieben. Es ist schwer, eine schwarze Katze in einem völlig dunklen Raum zu finden, vor allem, wenn gar keine drin ist. Die Schwierigkeit liegt darin, dass wir davon überzeugt sind, dass es in dem Raum die Katze wirklich gibt, beziehungsweise, dass da wirklich jemand oder etwas in uns vorhanden ist, das unabhängig vom Körper, vom Sehen, Hören, Fühlen und Denken, von der Wahrnehmung, der Entscheidungsfähigkeit und vom Bewusstsein existiert. Ob man es Ich, Selbst, Seele oder was auch immer nennt, philosophisch, religiös, intuitiv und emotional, ist die Überzeugung, dass da noch ein zusätzlicher Jemand ist, der alle Erfahrungen ist oder hat, tief in uns verwurzelt. So fühlt es ja unsere alltägliche Wahrnehmung an. Da bin ich, der etwas erfährt und erlebt, eben dualistisch. Wesentlich ist deshalb zu verstehen, was gemeint ist mit diesem Selbst, von dem es gar keines geben soll. Und warum diese verkehrte Wahrnehmung Probleme und Leidenschaft. Aber zunächst einmal möchte ich Folgendes klarstellen. Niemand sagt, es gäbe uns nicht. Keine Sorge. Die Erkenntnisse und die Lehren des Buddhas sind nicht naiv, sondern ziemlich genial. Natürlich gibt es uns, aber als Prozess, als Zusammenspiel zahlloser Elemente und Ereignisse, als Symphonie oder manchmal als Kakophonie. Aber es gibt kein festes, die Zeit überstehendes Ich oder Selbst, kein Wesenskern irgendwo in uns, auch wenn es sich meist eindeutig so anfühlt. Denn wir erfahren tatsächlich dieses glaubhafte Ich-Gefühl, das den Eindruck eines scheinbar soliden Ichs erzeugt. Es ist soweit auch gut, dass wir wissen, ich bin jemand. Ich bin ein fühlendes und denkendes Lebewesen. Das ist völlig unproblematisch, weil es korrekt ist. Die Komplikationen beginnen mit der Identifikation und dem Anhaften an diesem Ich-Gefühl. Wir sind überzeugt, dass wir dieses Ich, dieses Selbst sind. Solchermaßen identifiziert erfahren wir uns als Zentrum des Universums und hoffen und versuchen ständig, dieses innere und äußere Universum unter Kontrolle zu bringen. Weil das Universum und das Leben aber nicht unseren Wünschen und Hoffnungen folgen, sondern seinen eigenen Gesetzen, ist enormes Leiden vorprogrammiert. Darum ist es so wichtig, Selbst Ich-Mich-Mein richtig zu verstehen und zu erfahren, wie es wirklich ist. Nochmals, es geht darum, zu erkennen, wie das Sich-Identifizieren mit Ich- und Mein- Inneres-Leidenschaft und wie das Durchschauen dieser Täuschung davon befreit. Wie Selbst erscheint Wie erscheint ein Ich- oder Selbst in uns? Es gibt eine nützliche und eine problematische Weise, in der es auftritt. Als erstes gibt es den ganz praktischen Aspekt von Ich. Es ist sinnvoll und nützlich, über sich als Ich zu denken und zu sprechen. Ich, anders als Du, Michael oder Silvia. Es ist sinnvoll und praktisch, in Begriffen wie mich zu denken und zu sprechen. Ich weiß, im Moment hört er mich sprechen, nicht den Stuhl oder die Wand. Es ist sinnvoll und praktisch, in Begriffen wie mir oder mein zu denken und zu sprechen. Dieser Schal gehört mir. Ich nehme ihn mit, wenn ich abreise. Dieser Wecker gehört nicht mir. Ich lasse ihn hier, wenn ich gehe. Ich weiß, welcher Mantel meiner ist. Du weißt, welche Schuhe nicht deine sind. Das ist alles ganz praktisch und wir können weiter so reden wie bisher. Ich, mich, mein. Okay, darüber müssen wir nicht diskutieren. Es ist die korrekte Verwendung von Ich, mich und mein. Als zweites gibt es eine problematische Art und Weise, in der das Ich, oder vielleicht besser das Ich-Gefühl erscheint. Wir sind überzeugt, da ist jemand. Ich. Es fühlt sich nicht nur so an, sondern es ist so. Ich fühle mich heute so und vor 20 Jahren fühlte ich mich anders. Aber auch damals war es Ich. Das Ich-Gefühl und alles, was dazu gehört, erscheint ziemlich solide. Mein Aussehen, meine Kleidung, mein Besitz, meine Partnerin, meine Kinder, meine Meinungen, das heißt, so wie ich meine, dass es tatsächlich ist, meine Überzeugungen, meine Zukunft und so weiter. In der buddhistischen Terminologie definiert man dies als Identifikation mit oder anhaften an den fünf Daseinsgruppen. Mein Körper, meine Gefühle, meine Wahrnehmungen, meine Entscheidungen und Handlungen, mein Bewusstsein. Um diesen Sachverhalt in unserer eigenen Erfahrung klar zu erkennen, brauchen wir achtsames Gewahrsein, Interesse und Ergründen. Im Retreat wie im Alltag, Tag ein, Tag aus. Hier findet echte Praxis statt. Im Schauen, Spüren, Sehen. Wie ist es? Wie fühlt es sich an? Wie gehe ich damit um? Wie wirkt es auf mich? Einbildung, Mana Einbildung, Stolz, Dünkel, Mana ist ein ganz wichtiges Thema, um das Erscheinen von Ich-Gefühlen zu verstehen. Einbildung oder Dünkel entsteht durch Vergleichen. Ich versus Du. Ich im Vergleich zu anderen. Wie stehe ich da im Vergleich zu jenen? Bin ich besser als? Wichtiger als? Interessanter als? Intelligenter als? Attraktiver als? Stärker als? Oder bin ich schlechter als? Unwichtiger als? Langweiliger als? Dümmer als? Unattraktiver als? Schwächer als? Oder bin ich gleich gut wie? Gleich wichtig wie? Gleich interessant wie? Gleich intelligent wie? Gleich attraktiv wie? Gleich stark? wie? Im Prozess des sich vergleichens mit anderen kann das Ich-Gefühl sehr gut wahrgenommen werden. Ich weiß, dass viele von Euch bestens vertraut sind mit diesem wunderbaren Praxisfeld des Beobachtens von Selbst oder Ich, Mich, Mein und mir. So viel also zu der Frage, wie ein Ich oder Selbst oder das Ich-Gefühl in uns erscheinen. Entscheidend ist hier, dass wir diese Sachverhalte nicht als philosophische Erkenntnis oder als buddhistische Darlegung betrachten, sondern dass wir sie in unserer direkten Wahrnehmung überprüfen und verstehen lernen. Wer oder was wir sind? In einer Rezension von Ego-Tunnel dem spannenden Buch des Philosophen und Ethikers Thomas Metzinger stand Eine der wichtigsten Fragen, die Metzinger zu beantworten versucht, lautet in etwa Wie kommt es zu so etwas wie einem ganzheitlichen Ich-Gefühl? Die vereinfachte Antwort lautet Das menschliche Gehirn bewerkstelligt es, dass seine Träger sich fühlen, als hätten sie ein Selbst, ein Ich. Das aber haben sie in Wahrheit gar nicht. Ganz im Gegensatz zu dem, was die meisten Menschen glauben, war oder hatte niemand je ein separates und unabhängig existierendes Selbst. Ein unbekannter Autor liefert den humorvollen Beweis mit einer Aussage, die wohl viele von uns unterschreiben könnten. Wenn ich wirklich Ich wäre, dann wäre ich ziemlich anders, als ich jetzt bin. Der britische Neuropsychologe Paul Brox schreibt, was es aus wissenschaftlicher Sicht mit dem Selbst auf sich hat. Aus einer neurowissenschaftlichen Perspektive sind wir alle gespalten und diskontinuierlich. Die Prozesse, die unserem Selbstgefühl zugrunde liegen, die Gefühle, Gedanken und Erinnerungen, sind in verschiedenen Zonen des Gehirns verstreut. Es gibt keinen speziellen Punkt, an dem sie zusammenlaufen. Kein Cockpit der Seele, kein Seelenpilot. Sie fließen zusammen in einem Erzeugnis der Dichtung, der Fiktion. Ein Mensch ist ein geschichtenerzählender Lebensprozess. Das Selbst ist eine Geschichte. Das bedeutet nicht, dass unsere Leben nur Fiktionen sind. Wir sind eingebettet in ein Universum mit physischen und moralischen Dimensionen, in dem sich jeder Gedanke, jede Handlung in eine Million Wirkungen aufspaltet. Wer erzählt die Geschichte des Selbst? Das ist, als würde man fragen, wer donnert den Donner oder wer regnet den Regen? Es sind nicht so sehr wir, welche die Geschichte erzählen, sondern die Geschichte, die uns erzählt. Könnt ihr das sehen in der Meditation? Unser Geist erzählt sich ständig, wer wir sind. Die Fragen in Bezug aufs Nicht Selbst, die ich am häufigsten höre, lauten, wenn es kein Selbst, kein Ich gibt, wer denkt dann? Wer entscheidet? Wer hat einen Willen? Die Antwort sollte nun ziemlich offensichtlich sein, nach dem, was wir von Brocks aus der Neurowissenschaft gehört haben. Es ist, das Sehen, das sieht, das Hören, das Hört, das Denken, das Denkt, der Wille, der Will, das Fühlen, das Fühlt, der Hass, der Hast, die Liebe, die Liebt, das Bewusstsein, das Bewusst ist, die Achtsamkeit, die achtsam ist, das Selbst, das Selbstet, das Anhaften, das Anhaftet, die Gelassenheit, die gelassen ist, die Ruhe, die ruhig ist, das Erkennen, das Erkennt. Der Buddha entdeckte genau das schon vor zweieinhalb Tausend Jahren. In Svati sprach er zu Bahia, Du solltest Dich üben, Bahia. Im Sehen gibt es nur das Gesehene, im Hören ist nur das Gehörte, im Empfinden ist nur das Empfundene, im Wahrnehmen ist nur das Wahrgenommene. Und weiter, vereinfacht ausgedrückt, dann, Bahia, gibt es kein Ich in diesem Sehen, Hören, Empfinden, Wahrnehmen. Und genau dies ist das Ende des Leidens. Bahia soll die Bedeutung dieser Aussage sogleich vollkommen verwirklicht haben. Leiden endet, weil Erfahrungen, seien sie angenehm, schmerzhaft oder neutral, keinem scheinbaren Zentrum, Mittelpunkt, ich oder mir widerfahren. Identifikation, ergreifen und anhaften fallen weg und Freiheit ist da. Die Erfahrungen sind noch immer die gleichen, aber niemand hat ein Problem damit. No self, no problem. Und wo kein Ich zu finden ist, fallen auch mich, mir und mein und alles anhaften daran weg. Arjan Buddhadassa, der große Thai-Meister, schrieb, den folgenden Ausspruch zu hören, heißt, jeden Satz der Lehre gehört zu haben. Sabe Dhamma Nalam Abhin Vesaya, was besagt, nichts soll erfasst und festgehalten werden. Dies gehört zu haben, bedeutet, die gesamte Lehre vernommen zu haben. Seinen Sinn zu praktizieren heißt, sämtliche Praktiken zu üben. Die Früchte dieser Praxis zu erlangen bedeutet, die Früchte der gesamten Buddha-Lehre erlangt zu haben. Kein Ding, kein Wesen, keine Situation, keine Erfahrung und auch kein Ich- oder Ich-Gefühl soll erfasst oder festgehalten werden. Das ist alles. Die Praxis Und nun nochmals ganz praktisch. Schaut immer und immer wieder hin, im Retreat und im Alltag. Spürt, wie es sich anfühlt, wenn ihr euch zum Beispiel beleidigt, angegriffen oder einsam fühlt. Wenn euch nicht passt, was ich hier sage, oder wenn ihr euch erfolgreich bewundert oder sonst wie besonders fühlt. Spürt, wie da ein Einswerden mit diesem Ich stattfindet. Ich bin gekränkt. Er hat mich getäuscht, verlassen oder gelobt, bewundert. Da ist kein Zweifel an der Realität dieses Ich und dessen, was mir widerfährt. Das zu sehen ist spannend und sehr aufschlussreich. So findet wirklich Meditation statt. Es sind ideale Gelegenheiten, um zu sehen, wie das Selbstgefühl entsteht und zu beobachten, ob wir uns damit identifizieren. Oder ob wir offen, gewahr und frei bleiben können. Dann können wir das Ganze noch von einer anderen Seite beobachten, mit einem Blick auf die Gesetzmäßigkeiten des Lebens, im Körper, in den Gefühlen und im Geist. Nach einem Hoch geht's wieder runter. Nach einer leichten Phase wird's wieder mühsam. Nach Gesundheit kommt Krankheit. Mal sind wir müde, mal frisch, mal schlapp. Alles in einem Prozess des abhängigen Entstehens und Vergehens. Durchaus nicht zufällig, aber leider nicht entsprechend unseren Hoffnungen, Erwartungen und Vorstellungen. Kontrolle ist möglich, aber ausschließlich im Rahmen der Gesetzmäßigkeiten dieses Daseins. Erwünschtes und Unerwünschtes wird erfahren, oft scheinbar aus dem Nichts auftauchend, wie in einem Kino, in dem alle zwei Minuten ein anderer Film gezeigt wird. Denken wir Fehler? Oder sehen wir die Gesetzmäßigkeiten des bedingten Entstehens am Werk? Wenn der Luftdruck sinkt und feuchte Luft eindringt, regnet es. Nicht, weil wir wieder einmal etwas falsch gemacht haben. Bei hohem Luftdruck wird es schön. Nicht, weil wir gehorsam waren oder gut meditiert haben. Die Lebensprozesse vollziehen sich vielmehr aufgrund von abhängigem Entstehen. In der Vipassana-Meditation wird dieser Tanz der Erfahrung sehr schnell sichtbar, vorausgesetzt, wir sind mit echtem Interesse dabei. Wie könnte in einem Daseinsprozess, in dem alles unbeständig und vergänglich ist, ein Teil davon, ein Zentrum, unveränderlich sich selbst bleiben. Unmöglich. Um dies zu sehen, ist konsequentes Betrachten der Unbeständigkeit und des Abhängigen Entstehens unerlässlich. Es erlöst uns, sachte, aber unaufhaltsam, vom Leiden des Festhaltens an einem scheinbaren Selbst oder an sonst irgendetwas. In dieser interessierten, offenen Präsenz gibt es auch immer wieder Momente, in denen das Ich-Gefühl weg ist und einfach niemand da ist. Alles ist immer noch gleich. Sehen, Hören, Fühlen, Denken, nur, dass keiner da ist, der es hat. Es gibt keine Subjekt-Objekt-Erfahrung mehr. Wir sind im non-dualen Erleben. Das sind befreiende Momente der Erkenntnis. Wir beginnen, die Tatsache von Anata nicht selbst zu verstehen. So wird es möglich, diese zentrumsfreie Wirklichkeit öfter zu sehen und für Momente darin zu ruhen. Das bedeutet nicht gleich, dass wir erleuchtet sind. Es sei denn, das Selbstgefühl und das Ahnenhaften würden nie mehr auftauchen. Aber es sind sehr befreiende Momente der Erkenntnis, die uns weiterbringen. Das ist ein zweifel